Hallo und willkommen zur mittlerweile sechsten Runde des Pokémon Online Monocolor Turniers. Ihr seht hier die Ergebnisse des dritten und somit letzten Spieltages der Gruppenphase. Ja, wenn ihr noch ein Video anschauen wollt, könnt ihr gerne draufklicken, falls das Video überhaupt verfügbar ist. Und dann sieht die Tabelle nach drei Spieltagen folgendermaßen aus. So nämlich. Manche Gruppen waren ziemlich knapp und da hat auch wirklich die Differenz entschieden, aber bei den meisten war es eigentlich recht eindeutig. Und ja, somit kommt es eigentlich gleich zur K.O.-Phase bzw. zum Achtelfinale und die Paarungen sehen folgendermaßen aus. Ich habe immer das so gemacht, dass der Erste der Gruppe 1 gegen den Zweiten der Gruppe 2 antritt. Der Erste der Gruppe 2 gegen den Zweiten der Gruppe 1 und so weiter und so fort. Außerdem habe ich das so geregelt, dass halt die, die miteinander in der Gruppe waren, erst im Finale wieder aufeinandertreffen würden, weil, ja, sonst wäre das irgendwie, keine Ahnung, lahm oder keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, so sehen die Paarungen aus. Ich wollte eigentlich eine etwas schönere Darstellung machen, aber ich bin nicht so geschickt in solchen Sachen. Aber das sollte auch reichen. Ja, das reicht auch. Und, ähm, Zeit habt ihr von heute, dem 21. Februar 2011, bis zum Sonntag, dem 27. Februar 2011. Schreibt euren Gegner an. Die Regen bleiben natürlich genau gleich. Es wird nur ein Kampf stattfinden. Man hat gefragt, ob drei Kämpfe stattfinden. Nein, es findet nur ein Kampf stattfinden. Und, ja, schreibt euren Gegner an. Sendet mir die Ergebnisse rechtzeitig zu. Und, ähm, ja, die Hälfte wird dann natürlich rausfliegen. Und danach kommt das Viertelfinale. Und, jo, alles eigentlich selbsterklärend. Viel Spaß noch weiterhin. Äh, viel Glück allen, die noch mitmachen. Und, ja, auf, dass ein paar spannende Kämpfe zustande kommen. Bis dann, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch. Und, tüdlü.